Der Epheserbrief Paulus, Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes, den Heiligen, die in Ephesus sind, und treuen in Christus Jesus. Gnade sei euch zuteil und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns in Christus mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Bereichen segnete. Entsprechend dem, dass er uns vor Gründung der Welt in ihm sich erwählte, dass wir seien heilig und tadellos vor ihm in Liebe. Er bestimmte uns nämlich im Voraus für sich zur Sohnesstellung, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lobe der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadete in dem Geliebten, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er zu uns überfließen ließ in aller Weisheit und Klugheit. Er setzte uns nämlich in Kenntnis über das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen, das er sich bei sich selbst vornahm, im Hinblick auf die Verwaltung der Fülle der Zeiten, um in Christus alles für sich wieder unter ein Haupt zu fassen, sowohl das in den Himmeln als auch das auf der Erde, in ihm, indem wir auch zu einem Erbe kamen, die wir im Voraus bestimmt waren nach dem Vorsatz dessen, der alles nach seinem Willensentschluss wirkt, damit wir zum Lobe seiner Herrlichkeit seien, die wir im Voraus in dem Christus gehofft haben. Indem auch ihr, die ihr gehört hattet das Wort der Wahrheit, die gute Botschaft eurer Rettung, indem ihr, die ihr auch geglaubt hattet, versiegelt wurdet mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Angeld unseres Erbes ist, zur Erlösung des erworbenen Eigentums, zum Lobe seiner Herrlichkeit. Deswegen, nachdem ich von dem Glauben unter euch im Herrn Jesus und der Liebe zu allen Heiligen hörte, lasse ich auch nicht ab, für euch zu danken und euer bei meinen Gebeten zu gedenken, damit der Gott unseres Herrn Jesu Christi, der Vater der Herrlichkeit, euch Geist der Weisheit und der Offenbarung gebe, im Erkennen seiner selbst, wobei die Augen eures Herzens erleuchtet seien, um zu wissen, welches die Hoffnung seines Rufes und welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und welches die überschwängliche Größe seiner Kraft für uns, die Glaubenden, ist, nach der Wirkung der Macht seiner Stärke, die er in dem Christus wirkte. Den weckte er nämlich von den Toten und ersetzte ihn zu seiner Rechten in den himmlischen Bereichen über alles Erstrangige und alle Autorität und Kraft und Herrschaft hinaus und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der Bevorstehenden. Und er unterordnete alles unter seine Füße, und er gab ihn Haupt über alles, der Gemeinde, welche sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen füllt. Auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, ausgerichtet nach der Zeit dieser Welt, nach dem Fürsten des Machtbereiches der Luft, dem Geist, der nun in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter denen auch wir alle einst unser Leben führten in den Lüsten unseres Fleisches, wobei wir den Willen des Fleisches und des Denkens taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns wie auch die anderen. Aber Gott, der reich war an Barmherzigkeit, brachte wegen seiner vielen Liebe, mit der er uns liebte, auch uns, die wir tot in Übertretungen waren, zum Leben, zusammen mit dem Christus. Durch Gnade seid ihr gerettet. Und er erweckte uns zusammen mit ihm und setzte uns zusammen mit ihm in den himmlischen Bereichen, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten zur Schau stellte, den unermesslichen Reichtum seiner Gnade in Freundlichkeit gegen uns in Christus Jesus. Denn durch Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Und dieses nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit nicht jemand sich rühme. Denn sein Gebilde sind wir, in Christus Jesus erschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitete, damit wir in ihnen wandeln sollten. Darum denkt daran, dass ihr einst, die ihr im Fleisch von den Völkern wart, Unbeschnittenheit genannt, von denen die Beschneidung genannt werden, eine Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und Fremde den Bündnissen der Verheißung, keine Hoffnung hattet und ohne Gott in der Welt wart. Nun aber, in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe geworden durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Friede, er, der die beiden eins machte und die Scheidewand des Zauns auflöste, die Feindschaft, und zwar in seinem Fleisch, indem er das Gesetz mit dessen in Satzung gefassten Geboten außer Kraft setzte, damit er die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen schaffe und so Frieden stifte und die beiden in einem Leibe ganz mit Gott versöhne, durch das Kreuz, da er durch dasselbe die Feindschaft tötete. Und er kam und kündete als gute Botschaft Frieden, euch, den Fernen und den Nahen, weil durch ihn wir beide in einem Geist den Zutritt hin zum Vater haben. Dann seid ihr also nicht mehr Fremde und Ausländer, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausangehörige Gottes, aufgebaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selbst der Haupteckstein ist, in dem der ganze Bau, während er zusammengefügt wird, wächst zu einem heiligen Tempelheiligtum im Herrn, in dem auch ihr mitgebaut werdet zu einer Wohnstätte Gottes im Geist. Aus diesem Grunde ist es, dass ich, Paulus, gebundener Christi Jesu für euch, die von den Völkern, wenn ihr nämlich von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört habt, die mir für euch gegeben wurde, dass er mir das Geheimnis durch Offenbarung kundtat, so wie ich zuvor in kurzen Zügen geschrieben habe, woran ihr, wenn ihr es lest, mein Verständnis im Geheimnis des Christus bemerken könnt, dass in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht zur Kenntnis gebracht wurde, wie es nun seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geist geoffenbart wurde, dass die von den Völkern Miterben und ein Mitleib und Mitteilhabende seiner Verheißung seien in dem Christus durch die gute Botschaft, deren Diener ich wurde nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben worden war, gemäß der Wirkung seiner Kraft. Mir, geringer als der geringste von allen Heiligen, wurde diese Gnade gegeben, unter denen, die von den Völkern sind, die gute Botschaft von dem unausforschlichen Reichtum Christi zu sagen und alle darüber zu erleuchten, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von Ewigkeit her in Gott verborgen gewesen ist, der alles durch Jesus Christus schuf, damit nun den erstrangigen und Autoritäten in den himmlischen Bereichen durch die Gemeinde die sehr mannigfaltige Weisheit Gottes kundwürde, nach dem Vorsatz der Ewigkeit, den er verwirklichte in Christus Jesus, unserem Herrn, indem wir die Freimütigkeit und den Zutritt in Zuversicht haben durch den Glauben an ihn. Weshalb ich euch bitte, nicht mutlos zu werden in meinen Bedrängnissen für euch, welche eure Herrlichkeit sind. Aus diesem Grunde ist es, dass ich meine Knie beuge vor dem Vater unseres Herrn, Jesu Christi, von dem her alles in den Himmeln und auf der Erde, das einen gemeinsamen Vater hat, benannt wird, damit er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft zuzunehmen an Macht, durch seinen Geist in den inneren Menschen hinein, Christus wohnen zu lassen in euren Herzen durch den Glauben, als solche, die in Liebe gewurzelt und gegründet worden sind, damit ihr völlig imstande seid, zusammen mit allen Heiligen zu erfassen, welches die Breite und Länge und Tiefe und Höhe ist, und zu kennen die Liebe des Christus, die die Kenntnis übersteigt, damit ihr gefüllt werdet zu aller Fülle Gottes. Dem, der über alles hinaus zu tun vermag, überaus mehr als das, was wir bitten oder begreifen, nach der Kraft, die in uns wirkt, ihm gebührt die Herrlichkeit in der Gemeinde, in Christus Jesus zu allen Geschlechtern aller Ewigkeit. Amen. Ich rufe euch also auf, ich, der gebundenen im Herrn, in einer Weise zu wandeln, die würdig ist des Rufes, mit dem ihr gerufen wurdet, mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld, wobei ihr einander in Liebe ertragt und euch dabei mit Fleiß und Eile bemüht, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band des Friedens. Ein Leib ist es und ein Geist entsprechen dem, dass ihr auch gerufen wurdet in einer Hoffnung eures Rufes, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in euch allen ist. Aber jedem Einzelnen von uns wurde die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Darum sagt er, als er in die Höhe aufgestiegen war, führte er Gefangenschaft gefangen und gab den Menschen Gaben. Aber dass er stieg auf, was ist es anderes, als dass er zuerst auch niederstieg, zu den niederen Teilen, zur Erde? Der, der niederstieg, ist derselbe, der auch aufstieg über alle Himmel, damit er alles fülle. Und er selbst gab, die einen zu Aposteln, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, andere zu Hirten und Lehrern, zum Zweck der Zurüstung der Heiligen, zum Werk des Dienstes, zum Bauen des Leibes des Christus. Bis wir alle hingelangen mögen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu einem erwachsenen Manne, zum Größenmaß der Fülle des Christus. Damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin- und hergeworfen und von jedem Wind der Leere umhergetrieben durch die Betrügerei der Menschen, durch Verschlagenheit hin zu mit List ersonnenem Irrweg. Als solche aber, die wahrhaftig sind in Liebe, in allem wachsen mögen zu ihm, der das Haupt ist, der Christus, von dem aus der ganze Leib, wohl zusammengefügt und zusammengeschlossen durch jedes versorgende Gelenk, entsprechend dem Wirken eines jeden Teiles in zugemessenem Maß, das Wachstum des Leibes zustande bringt, sodass er sich selbst baut in Liebe. Dieses sage ich also und bezeuge ich in dem Herrn, ihr habt nicht mehr so zu wandeln, wie auch die anderen, die von den Völkern sind, wandeln, in der Nichtigkeit ihres Denksinnes, die im Denken verfinstert und im Leben Gottes entfremdet sind wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, welche sich abgestumpft haben und sich selbst der Ausschweifung hingaben zur Ausübung jeder Unreinheit in Habsucht. Aber so lerntet ihr den Christus nicht, wenn er wirklich ihn hörtet und in ihm gelehrt wurdet, wie er Wahrheit in Jesus ist, abzulegen, was die frühere Lebensführung betrifft, den alten Menschen, der dabei ist, zugrunde zu gehen, infolge der trügenden Lüste, aber erneuert zu werden am Geist eures Denksinnes und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gott geschaffen wurde in Gerechtigkeit und Heiligkeit der Wahrheit. Darum, da ihr die Lüge ablegtet, redet Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, weil wir Glieder voneinander sind. Zürnt und sündigt nicht, die Sonne geh nicht unter über eurer Erzürnung. Gebt auch nicht Raum dem Teufel, der stehlende stehle nicht mehr, vielmehr arbeite er und erwirke mit den Händen das Gute, damit er etwas habe, dem Bedürftigen mitzugeben. Kein faules Wort gehe aus eurem Munde hervor, nur eines, das gut ist, zur Erbauung nach Bedarf, damit es den Hörenden Gnade gebe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt wurdet, auf den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und aller Unwille und Zorn und alles Geschrei und alle Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Werdet aber freundlich zueinander, feinfühlig. Vergebt euch dabei untereinander in gnädiger Weise, so wie er auch Gott euch in Christus in gnädiger Weise vergab. Werdet also Nachahmer Gottes wie geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, so wie auch der Christus uns liebte und sich selbst für uns dahingab als eine Weihgabe und ein Opfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Aber Unzucht und alle Unreinigkeit oder Habsucht werde bei euch nicht einmal genannt, so wie es sich für Heilige geziemt, auch Schändlichkeit und albernes Gerede und Witzelei, was nicht angebracht ist, sondern vielmehr Dank. Denn von diesem seid in Kenntnis, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, er ist ein Götzendiener, Erbteil hat im Königreich Christi und Gottes. Niemand betrüge euch mit leeren Worten, denn wegen dieser Dinge kommt der Zorn Gottes auf die Söhne des Ungehorsams. Werdet also nicht ihre Mitteilhabenden, denn ihr wart einst Finsternis, nun aber seid ihr Licht im Herrn. Wandel stets wie Kinder des Lichts, denn die Frucht des Geistes besteht in aller Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit, und prüft dabei, was dem Herrn angenehm ist. Und seid nicht mitbeteiligt an den unfruchtbaren Werken der Finsternis, vielmehr aber deckt sie auch auf und weist zurecht, denn was heimlich von ihnen geschieht, ist schändlich auch nur zu sagen. Das alles wird aber geoffenbart, wenn es vom Licht aufgedeckt und zurechtgewiesen wird, denn alles, was offenbar gemacht wird, ist Licht. Darum sagt er, wache auf, Schläfer, und stehe auf aus den Toten, und der Christus wird dir leuchten. Seht also stets zu, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und als solche kauft die gelegene Zeit aus, weil die Tage böse sind. Deswegen werdet nicht töricht, sondern solche, die verstehen, was der Wille des Herrn ist. Und werdet nicht an Wein berauscht, in dem ein heilloses Wesen liegt, sondern werdet stets im Geist erfüllt und redet zu euch untereinander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen und dankt dem Gott und Vater alle Zeit für alles in dem Namen unseres Herrn Jesu Christi und unterordnet euch einer dem anderen in der Furcht Gottes. Frauen werden den eigenen Männern untergeordnet wie dem Herrn, weil der Mann das Haupt der Frau ist, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde. Und er ist der Retter des Leibes. Gerade so jedoch, wie die Gemeinde dem Christus untergeordnet wird, so sollen auch die Frauen den eigenen Männern untergeordnet werden in allem. Männer, liebt eure Frauen, so wie er auch der Christus die Gemeinde liebte und sich selbst für sie hingab, damit er sie, nachdem er sie durch das Wasserbad im Wort gereinigt hatte, heilige. Damit er sie sich selbst darstelle als die herrliche Gemeinde, die nicht einen Flecken oder eine Runzel habe oder etwas Ähnliches, sondern damit sie heilig sei und tadellos. In dieser Weise haben die Männer ihre Frauen zu lieben wie ihre Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hasste je sein Fleisch, sondern ernährt und pflegt es, so wie auch der Herr die Gemeinde, weil wir Glieder seines Leibes sind von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deswegen wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und an seine Frau gefügt werden und die zwei werden zu einem Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, aber ich spreche in Bezug auf Christus und in Bezug auf die Gemeinde. Dennoch, auch jeder Einzelne von euch liebe seine Frau in der Weise, wie er sich selbst liebt, aber die Frau, dass sie den Mann fürchte. Kinder, seid euren Eltern gehorsam in dem Herrn, denn das ist recht. Ehre stets deinen Vater und deine Mutter, denn das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir wohlgehe und du lange Zeit auf der Erde sein wirst. Und Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Erziehung und Ermahnung des Herrn. Leibeigene Knechte, gehorcht euren Herrn nach dem Fleisch mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens wie dem Christus, nicht mit Augendienerei als Menschengefällige, sondern als leibeigene Knechte des Christus, die den Willen Gottes von Herzen tun. Leistet leibeigenen Dienst mit gutem Willen als dem Herrn und nicht den Menschen, in dem Wissen, dass ein jeder, wenn er etwas Gutes tut, dieses vom Herrn für sich als Ertrag erhalten wird, er sei Knecht oder Freier. Und die Herrn tut dasselbe gegen sie und lasst das Drohnen, wissend, dass auch euer eigener Herr in den Himmeln ist und bei ihm gibt es kein Ansehen der Person. Zudem, was noch zu schreiben geblieben ist, meine Brüder, werdet innerlich gekräftigt in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die volle Rüstung Gottes, damit ihr gegen die listigen Vorgehensweisen des Teufels stehen könnt, weil bei uns der Kampf nicht gegen Blut und Fleisch ist, sondern gegen die Erstrangigen, gegen die Autoritäten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Wesen der Bosheit in den himmlischen Bereichen. Nehmt deswegen die volle Rüstung Gottes auf, damit ihr imstande seid, am bösen Tage zu widerstehen und, nachdem ihr alles ausgerichtet habt, zu stehen. Steht also, eure Lenden mit Wahrheit umgürtet und den Brustpanzer der Gerechtigkeit angezogen und die Schuhe an den Füßen gebunden in der festen Bereitschaft der guten Botschaft des Friedens, zu dem allem den Schild des Glaubens aufgenommen, an dem ihr alle brennenden Geschosse des Bösen werdet löschen können, und nehmt in Empfang den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das das Wort Gottes ist, und betet dabei zu allen Zeiten im Geist mit allem Gebet und Flehen. Seid zu diesem selben Zweck wachsam mit allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen, auch für mich, damit mir bei Auftun meines Mundes das Wort gegeben werde, mit Freimütigkeit bekannt zu machen das Geheimnis, die gute Botschaft, für die ich ein Botschafter bin in einer Kette, damit ich in ihr freimütig bin zu reden, wie ich soll. Aber damit auch ihr um meine Angelegenheiten wisst und um das, was ich tue, wird euch Tychikus, der geliebte Bruder und treue Diener im Herrn, von allem in Kenntnis setzen, den ich eben deshalb zu euch geschickt habe, damit ihr erfahrt, wie es um uns steht und er euren Herzen Zuspruch gebe. Friede den Brüdern und Liebe mit Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben, mit unverderblicher Liebe. Amen.